Das Jutel Hinterstoder liegt im Ortszentrum direkt an der Steyr in der Nähe der Kneipanlage, dem Alpineum und der Talstation der Hössbahn. 27 Zimmer mit Dusche und WC, 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Bett-Zimmer, behindertengerechte Zimmer sind bei uns vorhanden. Ein Seminarraum für 20 Personen mit Beamer und Flipchart. Drei gemütliche Stüberl zum Wohlfühlen und Entspannen. Eine Infrarotkabine, ein Sport- und Freizeitraum. Der Speisesaal hat 92 Sitzplätze und eine Kinderspielecke. Hinterstoder bietet den Sommergästen ein umfangreiches Sportangebot. Kajak, Rafting, Klettern und Hochseilgarten, Wander, Walking, Lauf, Mountainbike-Strecken und Rundwanderungen. Hallo, ich bin Lehrer des Burg Linz. Wir sind auf Projekttagen in Hinterstoder im Jutel und es bietet die Möglichkeit für die Naturbegegnung in Bewegung. Wir freuen uns auf euren Besuch. Jeder Gast ist bei uns herzlich willkommen.